In der heutigen News-Folge geht es um. Grand Prix von Aserbaidschan, Singapur und Japan offiziell abgesagt, Reifenmischungen der ersten acht Rennen bekannt, keine Podiumsteremonie 2020. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu den News. Die großen Preise von Aserbaidschan, Singapur und Japan sind gestern offiziell abgesagt worden und werden in diesem Jahr auch nicht mehr gefahren. Jetzt muss die Formel 1 nach Ersatzrennen Ausschau halten. Der Aserbaidschan Grand Prix hätte letzte Woche stattfinden sollen und wurde ja bereits verschoben, doch aufgrund der zu knappen Zeit mit dem Aufbau der Rennstrecke wird es keinen Ersatztermin geben. Der Singapur Grand Prix sollte ursprünglich am 20. September stattfinden, doch ein Geisterrennen kam für die Veranstalter nicht in Frage. Der Japan Grand Prix sollte drei Wochen nach Singapur stattfinden, doch da hat der Veranstalter schon das MotoGP-Rennen in Motegi abgesagt, welches eine Woche danach stattfinden sollte. Grund dafür sind die aktuellen Reisebeschränkungen. Der letzte feste Grand Prix wäre der Italien Grand Prix am 6. September, doch wie es danach weitergeht, steht immer noch nicht fest. Nur der Russland Grand Prix am 27. September wäre eine Idee, doch da sieht man Möglichkeiten für einen Doubleheader. Denkbar wären auch weitere Grand Prix in Europa, wie zum Beispiel Hockenheim, Portimao, Estoril, Imola und Mugello oder Ersatztermine für China und Kanada. Vielleicht gibt es sogar einen Doubleheader in China. Der Kanada Grand Prix soll wohl im Herbst nachgeholt werden. Bis zu 18 Grand Prix wären 2020 noch machbar. Gestern kam noch die Idee, dass man zwei Grand Prix in Bahrain fahren könnte, wobei der zweite Grand Prix auf der fast ovalen Strecke stattfinden könnte. Habt ihr Vorschläge, wie es nach dem Italien Grand Prix weitergehen soll? Wenn ja, dann schreibt es in die Kommentare und schreibt mir auch eure Meinung zur Ovalstrecke in Bahrain in die Kommentare. Wie man anhand dieser Grafik erkennen kann, wurden gestern die Reifenmischungen der Europa-Rennen bekannt gegeben. Abgesehen vom Großbritannien Grand Prix und dem Spanien Grand Prix werden alle anderen Grand Prix mit dem C2, C3 und dem C4 Reifen gefahren. Aufgrund von Covid-19 wird eine weitere Sache auf absehbare Zeit gestrichen, nämlich die traditionelle Podiumsteremonie. Aber für diesen Fall kommt eine Alternative zustande. Anstatt auf dem Podium wird etwas auf dem Grid geschehen. Eine Option wäre, die Autos auf der Strecke aufzustellen und die Fahrer stehen dann vor ihren Autos. Die Pokale werden aufgrund von Abstandsregeln nicht übergeben. Ross Brawn meint, dass sie schon einen Plan haben, wie sie das ganze MTV präsentieren wollen. Auch die Fahrerparade wird es nicht geben, dafür aber ein Interview mit jedem einzelnen Fahrer vor der jeweiligen Garage. Was haltet ihr eigentlich von diesen Alternativplänen der Formel 1? Schreibt es in die Kommentare. Kommen wir zu Mikes Meinung. Ich bin wirklich darauf gespannt, welche Grand Prix für die drei Rennstrecken gestartet werden, da diese ja ausfallen, was echt schade ist. Aber es ist auch verständlich. Bis Ende Juni soll der Kalender fertig sein. Meine Meinung über die Ersatzstrecken haben sich im letzten Video nicht geändert. Wer das noch nicht gesehen hat, guckt mal oben rechts. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, warum beide britische Grand Prix mit unterschiedlichen Reifenmischungen gefahren werden, denn das Layout ist ein und dasselbe. Vielleicht möchte Pirelli ja etwas ausprobieren. Aber meinen Segen haben sie. Dass die Zeremonie auf dem Podium nicht stattfinden kann, ist ja irgendwie logisch. Gerade wegen den Abstandsregeln. Ich bin echt mal gespannt, was Ross Brawl für einen Plan hat. Und nun zum Community-Kommentar. Der kommt heute von Gavin Lux. Er schreibt, Klasse Video. Könnte man in Bahrain die Strecke nicht rückwärts fahren? Denn ich meine, es gibt ja genug Auslaufzonen. Für all diejenigen von euch, die sich wünschen, eine Rennstrecke rückwärts zu fahren, das wird nicht passieren. Denn ihr müsst bedenken, dass die Sicherheitsmaßnahmen eine entscheidende Rolle spielen. Okay, ja, es sind zwar viele Auslaufzonen in Bahrain oder zum Beispiel auch in Frankreich vorhanden, aber die Versetzungen der Curbs sind auch wichtig, was wiederum alles Geld kostet. Die Frage ist nur, will das der Veranstalter machen und spielt die FIA damit? Ich glaube nicht. Großbritannien hatte ja auch die Idee mit einer rückwärts gefahrenen Rennstrecke, aber das wurde auch wieder fallen gelassen. Hier noch etwas in eigener Sache. Am Montag findet ein kleines Regenevent in unserer Rennliga statt, sozusagen als Saisonabschluss. Von daher würde es mich riesig freuen, wenn ihr ab 18 Uhr auf meinem Twitch-Kanal am Start sein könntet, denn ich kann euch sagen, dass es echt lustig wird. So etwas habt ihr bestimmt noch nicht gesehen. Folgt auch gerne unserer Rennliga auf Twitch. Link dazu ganz oben in der Videobeschreibung. Das soll es mit den News gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, damit ihr in Zukunft kein Video mehr von mir verpasst. Und denkt daran, liken und abonnieren, bringt euch auf den neuesten Stand. Bis zum nächsten Video. Ciao.